19. Dezember, Mittwochmorgen. Wunderschönen guten Tag in die Runde. Heute geht's, wie das geneigte Auge wahrscheinlich schon erkennen kann, um die Gorillapods der Firma Joby, so ein Dreibeinstativ, das es in ganz unterschiedlichen Formen und Farben gibt. Es gibt es mit Magnetfuß, es gibt es in klein und in groß. Auf jeden Fall für ungewöhnliche Positionen geeignet, diese gummierten Ringe mit Fußgreifer, bringen alle so ein Stativgewinne mit. Wer ein Glyph beispielsweise sein eigen nennt, kann da auch ein iPhone reintun. Ich mache all meine Videoaufnahmen mit Kameras und inklusive Phone mit diesen Stativen, die ich in zwei Ausführungen habe und die sich bewährt haben jetzt über die Jahre. Passen für kleine und große Kameras, sind sehr flexibel einsetzbar. Ich habe außerdem noch diese Sceneskates unten dran, um so ein bisschen Bewegung ins Bild zu bringen. Kurze Rede, lange Sinn. Wer ein gutes Kamerastativ sucht, sollte das Repertoire der Gorillapods mal im Blick behalten, wenn es um flexible Einsatzmöglichkeiten dafür geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.